Das St. Marien Krankenhaus in Siegen eröffnete in diesem Oktober nach zwei Jahren Umsetzungszeit seine kernsanierte Intensivstation. Mit neuester Technologie und einem besonderen Aufteilungskonzept der Räume haben die Verantwortlichen optimale Versorgungsmöglichkeiten für intensivpflichtige Personen geschaffen. Das neue Konzept soll dazu führen, dass wir Patienten individueller betreuen können. Wir haben auf dieser Station von den 15 Betten neun Einzelzimmer. Die letzten sechs Betten sind Doppelzimmer. Wir haben dazu versucht, den Boden dieses Zimmers bis auf die Rollen des Patientenbettes vollkommen freizuhalten. Es gibt ein modulares System, alles kommt von der Decke. Auch das Beatmungsgerät ist aufgehängt, ebenso die Monitore. Das sind Touchscreens. Wir möchten, dass unsere Mitarbeiter Digitalisierung als Erleichterung erleben. Digitalisierung funktioniert nur, wenn Mitarbeiter sie mit unterstützen ihrer täglichen Arbeit und sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützt mit guter Haptik, mit einer Oberfläche, die ein automatisches Arbeiten ermöglicht. Die Zimmer sind identisch ausgestattet. Auch mit einer Tageslicht-Simulation, die dazu beitragen soll, dass Personen, die längere Zeit ohne Bewusstsein waren, wieder in einem normalen Tagesrhythmus finden. Vor allem eine Neuerung trägt zu einer besonders aufgeräumten und hygienischen Ausgangssituation auf der Station bei. Die Schleusen vor jedem Zimmer, die sowohl Unterdruck als auch Überdruck erzeugen können. Pathogene können so nicht nach außen gelangen. Wir haben uns dann entschlossen, vor jedes Zimmer eine Schleuse zu bauen, wo beispielsweise ein Ausgussbecken ist, wo eine Möglichkeit besteht, die Isolation durchzuführen und damit auf den klassischen Pflege-Arbeitsraum eben zu verzichten. Das ist ein vollkommen neues Konzept und da muss man auch sagen, hat uns, wir haben ja mitten in der Corona-Pandemie geplant und umgesetzt. Quasi diese Corona-Pandemie, ja auch positiv hat sie sich ausgewirkt dafür, für diese Planung, weil diese Umsetzung wäre sonst wahrscheinlich nicht so durchgeführt worden. Was mir besonders gut gefällt ist, dass die Räume jetzt etwas mehr in die Mitte gerückt werden, dass man also zentral ist, vor allen Dingen der Stützpunkt, dass der zentral ist, dass man in beide Richtungen agieren kann. Die Planung und Umsetzung schafften alle Beteiligten als Team. Mir war es super wichtig, dass wir von Anfang an in die Planung mit einbezogen werden. Ich war bei jeder Projektsitzung mit dabei, um da halt wirklich auch zu sagen, was finden wir praktikabel, war das vielleicht jetzt nicht so gut. Wir haben das Ganze virtuell geschafft, indem wir virtuelle Teams gegründet haben. Das ist mittlerweile ja gängige Praxis. Das heißt, jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin in der Projektgruppe hatte immer, zu jeder Zeit, zu jedem Tageszeit immer die Möglichkeit, alles aktuell zu sehen. Wir haben natürlich vorher erst mal uns zusammengesetzt und überlegt, wie kann das überhaupt funktionieren, sind am 04.10.2021 mit den Patienten von der alten Intensivstation in die noch zu schaffenden Bereiche, die dann fertiggestellt waren, umgezogen. Eine Woche später kamen die Raub und die Bagger und haben dann tatsächlich nur noch den Grundstein stehen lassen. Wir haben natürlich auch glööses Gerücht gehabt, dass wir einen Generalunternehmer hatten, der das Ganze mitgetragen hat. Eine Bauzeit von einem Jahr bei diesen Strukturen ist schon gigantisch. Nicht nur die Patientinnen und Patienten profitieren von der Sanierung. Ein Stück weit erhoffe ich mir einfach Zufriedenheit der Mitarbeiter. Das Ganze war sehr alt, sehr in die Jahre gekommen. Die Räume waren teilweise dunkel, unfreundlich. Das Ganze ist jetzt aufgehellt und ich erhoffe mir natürlich auch vielleicht, dass der eine oder andere sagt, schicke neue Intensivstationen, ich bewerte mich einfach mal, dass mein Team noch größer wird. Wir haben also versucht, auch hier kleine Bausteine zusammenzuführen mit dieser Grundidee, dass jeder, der hier auf diese Station kommt, egal als Mitarbeitender in leitender Funktion oder als Stationshilfe, als Angehörige, als Patient, die müssen mit ihren jeweiligen Bedürfnissen so abgeholt werden und möglichst durch die Technik, durch die Bauweise so in dem unterstützt werden, dass sozusagen jeder Tag der ideale oder möglichst ideale Tag auf dieser Station wird. Zufriedenheit Zufriedenheit Untertitelung des ZDF, 2020